Ja, also diese Trainerdiskussionen, die können es ja gerne führen, aber da sind wir Spieler erstens die völlig falschen Ansprechpartner und es ist auch ein Stück weit respektlos, weil klar ist die sportliche Situation aktuell nicht gut. Alles andere, was sich der FC Bayern vorstellt, das ist völlig klar und trotzdem arbeiten wir jeden Tag dran, wir Spieler und der Trainer auch, den Bock umzustoßen und wie gesagt, ihr könnt eure Analysen machen, aber ihr braucht nicht erwarten, dass wir uns irgendwie selbst zerfleischen, sondern wir stehen zusammen und wir arbeiten auf das nächste Spiel hin und hoffen, dass wir da den Bock umstoßen können, aber natürlich muss der Ball wieder ins Netz, das ist völlig klar.